Polizeiberichte Berlin 29. September 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Flucht vor der Polizei endet mit Festnahme Nummer 1778 Gestern Abend versuchte ein mutmaßlicher Straftäter in Wedding vergeblich, durch Flucht vor der Polizei seine Festnahme zu verhindern. Der 32-Jährige war gegen 21 Uhr mit einem Auto in der Reinickendorfer Straße unterwegs. Dort forderte ihn die Besatzung einer Funkstreife für eine Verkehrskontrolle zum Halt auf. Der Fahrer missachtete jedoch das Haltesignal und bog in die Gerichtstraße ab. Bei der weiteren Flucht überfuhr der 32-Jährige eine rote Ampel an der Einmündung Fennstraße. Anschließend fuhr er auf den Parkplatz eines Supermarktes. Dort mussten ihm mehrere Fußgänger durch Sprung zur Seite ausweichen. An der Parkplatzausfahrt zur Reinickendorfer Straße konnte der Fahrer eines von links kommenden Autos nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern. Schließlich sprangen der 32-Jährige und sein Beifahrer am Nettelbeckplatz aus dem noch rollenden Auto und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Einsatzkräfte verfolgten das Duo und nahmen den Fahrer. Fest, der Beifahrer entkam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der 32-Jährige und der Wagen durchsucht. Die Einsatzkräfte stellten einen fünfstelligen Geldbetrag und Goldschmuck sicher. Es besteht der Verdacht, dass diese Gegenstände aus Straftaten stammen. Auch das Auto, das schon im Rahmen einer anderen Fahndung gesucht wurde, beschlagnahmte die Polizei. Bei der Überprüfung der Personalien des Fahrzeugführers wurde zudem festgestellt, dass bereits ein Haftbefehl gegen den 32-Jährigen vorlag. Er kam in einen Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord. Bericht, Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt. Nummer 1779 Gestern Vormittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Spandau alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Autofahrer gegen 10 Uhr aus einer Einmündung von einem Gewerbegebiet links in den Ascania-Ring eingebogen sein, als er mutmaßlich den die Fahrbahn über querenden Radfahrer übersah. Bei dem folgenden Zusammenstoß stürzte der 30-jährige Radfahrer. Die Beine und das Rad des Mannes wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er kam zur stationären Behandlung mit Verletzungen an beiden Beinen in eine Klinik. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2, West. Bericht, Senior mit Motorroller verunfallt. Nummer 1780 Bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde wurde gestern Abend ein Senior verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 82-Jährige kurz nach 18 Uhr mit seinem Gefährt vom Gehweg auf die Fahrbahn der Friedenfelser Straße gefahren sein. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 35-Jährigen, der in Richtung Namizadam unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt eine Hüftfraktur sowie diverse Hämatome und Hautschürfungen. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4, Süd. Bericht, Mitarbeitende des Ordnungsamtes mit Messer angegriffen. Nummer 1781 Ein Mann griff gestern Abend in Charlottenburg eine Mitarbeitende des Ordnungsamtes mit einem Messer an. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen gegen 21 Uhr drei Mitarbeitende des Ordnungsamtes an der Einmündung Krolmannstraße Ecke Savignyplatz einen 39-jährigen Obdachlosen an und erteilten ihm, nach vorangegangenen Bürgerbeschwerden, einen Platzverweis für den Ort. Der 39-Jährige soll daraufhin einer 24-jährigen Mitarbeiterin des Ordnungsamtes mit der Faust gegen ein Bein geschlagen haben. Anschließend soll er ein Messer hervorgeholt und mit diesem ein Stich in Richtung der Angestellten ausgeführt haben. Diesem konnte sie ausweichen. Gemeinsam nahmen die drei Mitarbeitenden dem Tatverdächtigen das Messer ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Ein Transportkommando brachte den 39-Jährigen in ein Polizeigewahrsam, wo er einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, überstellt wurde. Bericht, Einbrecherinnen-Trio festgenommen. Nummer 1782 Einsatzkräfte der Polizei Berlin nahmen gestern Nachmittag in Wilmersdorf drei mutmaßliche Einbrecherinnen fest, die sich kurz zuvor unbefugt Zugang zu einer Wohnung verschafft haben sollen. Ein Anwohner hatte die 21-Jährige Tatverdächtige und ihre zwei 16- und 15-Jährigen Begleiterinnen gegen 15.20 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Sächsischen Straße bemerkt, verdächtige Geräusche aus einer der oberen Etagen vernommen und daraufhin die Polizei alarmiert. In zivil gekleidete Beamtinnen und Beamte des Abschnitts 25 beobachteten die Tatverdächtigen, als diese das Haus mit mehreren Taschen verließen. Kurz darauf hielten sie die drei an und nahmen sie fest. In den Taschen fanden sie mutmaßliches Diebesgut, darunter Schmuck, Uhren und Handtaschen sowie das vermeintliche Tatwerkzeug. Die drei Tatverdächtigen kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam und wurden von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 2 West übergeben. Das Trio soll heute einem Richter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Bericht Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Nummer 1783 Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag in Karlshorst verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die 75-Jährige gegen 17.30 Uhr den Gehweg des Römerweges in Richtung Trescoallee. Als sie versucht haben soll, den Gehweg zu verlassen, um auf die Fahrbahn zu wechseln, tuschierte sie das vorbeifahrende Fahrzeug einer 45-Jährigen an der rechten Fahrzeugseite und stürzte anschließend zu Boden. Mit einer Beckenringfraktur brachten Rettungskräfte die Verletzte zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3, Ost, hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen. Bericht Bereits gesuchter wird nach Taschendiebstahl festgenommen. Nummer 1784 Gestern Abend wurde in Moabit nach einem mutmaßlichen Taschendiebstahl ein Mann festgenommen, der bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 18.30 Uhr soll der 40-Jährige auf der Beusselbrücke am dortigen S-Bahnhof ein Handy aus der Seitentasche des Rucksacks einer 26-Jährigen entwendet haben. Die Frau bemerkte den Diebstahl sofort und sprach einen Mann an, der sie kurz zuvor leicht angerempelt hatte, allerdings erfolglos. Etwa zwei Stunden später gelang es ihr, das Gerät zu orten. Sie alarmierte die Polizei in die Turmstraße. Dort konnte die Besatzung eines Fangstreifenwagens den mutmaßlichen Dieb ausmachen, das Gerät sicherstellen und es der Besitzerin zurückgeben. Bei der Durchsuchung des 40-Jährigen fanden die Beamten ein Personaldokument und einen Führerschein, beides mutmaßlich gefälscht. Der Tatverdächtige kam zur Feststellung seiner Identität in ein Gewahrsam. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag, der nun vollstreckt werden konnte. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bericht 13-jähriges Mädchen vermisst, Polizei bittet um Mithilfe Nummer 1785 Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach einem vermissten Kind. Die 13-jährige Chantal Valentina-Sophie Eckebrecht verließ am Abend des 25. September 2023 eine Betreuungseinrichtung in Frohnau und kehrte bisher nicht zurück. Sie ist etwa 165 cm groß, schlank, hat dunkelblonde, kurze Haare und braune Augen. Bekleidet war sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit schwarzer Kleidung und lilafarbenen Sportschuhen der Marke Nike mit einem Karo-Muster. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben? Wer hat Chantal Valentina-Eckebrecht seit dem 25. September 2023 gesehen? Wer kann weitere, sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664-912-444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110. Bericht Einbrecher auf frischer Tat festgenommen Nummer 1786 Ein Polizeibeamter außer Dienst nahm in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Moabit fest. Gegen drei Uhr hörte der Polizist in der Stephanstraße, wie die Scheibe eines Autos zerstört wurde. Kurz darauf bemerkte er einen 27-Jährigen an einem Mercedes-Transporter, der versuchte, die Fahrertür des Fahrzeuges zu öffnen. Dazu griff er auch wiederholt in das Innere des Wagens. Dabei versteckte er sich auch wiederholt vor vorbeifahrenden Fahrzeugen. Kurz darauf stieg der mutmaßliche Rechtsbrecher auf ein Fahrrad und fuhr zu einem weiteren Fahrzeug, in das er mit einer Taschenlampe hineinleuchtete. Als sich hinzu alarmierte Einsatzkräfte dem Ort näherten, flüchtete der Tatverdächtige auf dem Fahrrad in die Ellenepsteinstraße. Der außer Dienst befindliche Polizist verfolgte den mutmaßlichen Einbrecher ebenfalls auf einem Fahrrad. In Höhe eines Parkplatzes bremste der 27-Jährige, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte. Der Verfolgende Polizeibeamte nahm den Flüchtigen daraufhin fest. Die hinzu alarmierten Einsatzkräfte unterstützten ihn dabei. Bei dem Festgenommenen fanden die Polizisten eine Taschenlampe sowie einen Schraubendreher und beschlagnahmten beides. Anschließend brachten sie ihn in ein Polizeigewahrsam, wo er dem zuständigen Fachkommissariat überstellt wurde. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Obdachloser auf Intensivstation. Nummer 1787 Nach einer mutmaßlichen gewaltsamen Attacke in Althohenschönhausen am vergangenen Sonnabend, den 23. September 2023 schwebt ein Obdachloser nunmehr in Lebensgefahr. Nach den derzeitigen Erkenntnissen bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens den Verletzten gegen 23.30 Uhr in der Genslerstraße und alarmierte einen Rettungswagen. Der 38-Jährige kam mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf in eine Klinik. Diese teilte gestern der Polizei mit, dass bei dem Mann eine Hirnblutung festgestellt wurde und er nunmehr künstlich beatmet werde. Dem Vernehmen nach sei mit dem Ableben des Verletzten zu rechnen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Verletzungen und einer vermuteten Straftat hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Junge Frau vermisst, Polizei bittet um Mithilfe. Nummer 1788 Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Polizei Berlin um Unterstützung bei der Suche nach einer jungen Frau. Die 19-jährige Asra Abdul Razik Mohammed Abu Theta verließ am 26. September 2023 gegen 12 Uhr die Wohnung ihres Bruders in der Katharinenstraße in Wilmersdorf und kehrte bisher nicht zurück. Sie ist Brillenträgerin und war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein Kopftuch. Die Vermisste könnte sich in einem seelischen Ausnahmezustand befinden. Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben? Wer hat Frau Abu Theta seit dem 26. September 2023 gesehen? Wer kann weitere, sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion 2 unter der Telefonnummer 030-4664-271.100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110. Bericht, man beraubt, Zeugin gesucht. Nummer 1789 Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5, City, bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei den Ermittlungen zu einem Raub. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger am 10. September 2023 gegen eine Uhr im U-Bahnhof Cottbusser Tor unterwegs, als er von hinten zu Boden gestoßen wurde. Bei dem Sturz erlitt er Frakturen am Kopf und eine stark blutende Platzwunde. Anschließend entwendeten eine oder mehrere unbekannte Personen seinen Rucksack und flüchteten. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete die Tat, leistete erste Hilfe und schilderte den Rettungskräften den Hergang des Geschehens. Die Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten die bisher noch unbekannte Zeugin sich dringend bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus fragt die Kriminalpolizei. Wer hat die Tat am 10. September 2023 beobachtet oder hat anderweitig sachrelevante Wahrnehmungen gemacht? Wer hat die tatverdächtigen Personen gesehen und kann Angaben zur Identität, zum Aussehen und oder Fluchtrichtung machen? Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City, in der Perleberger Straße 61 in Moabit unter den Rufnummern 030-4664-574211 oder 030-4664-571100 sowie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. Auch die Internetwache steht ihnen zur Verfügung. Bericht, Festnahme wegen des Verdachts des versuchten Mordes, Mordkommission ermittelt. Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin. Nummer 1790. Die 8. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin übernahmen gestern Nachmittag Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Ein 61-Jähriger soll gestern gegen 6.20 Uhr ein Krankenhaus an der Rubensstraße in Schöneberg betreten und sich zunächst in mehreren Krankenzimmern einer Station aufgehalten haben, bevor er das Zimmer eines 85-jährigen Patienten betreten haben soll. Der Beschuldigte soll den 85-Jährigen im Genitalbereich angefasst haben, wodurch dieser erwacht sei und um Hilfe gerufen habe. Daraufhin soll der 61-Jährige versucht haben, den Patienten zu ersticken. Auch soll er ihm gewirkt haben. Erst als eine Krankenschwester zur Hilfe kam, soll der Tatverdächtige von dem Patienten abgelassen haben und geflüchtet sein. Mitarbeitende des Krankenhauses hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 85-Jährige soll unverletzt geblieben sein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin soll der 61-Jährige heute einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehles vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an. Bericht, Reizgas in der Schule versprüht. Nummer 1791. Heute Vormittag wurden mehrere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte eines Gymnasiums in Neukölln durch Reizgas verletzt. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 9.40 Uhr in die Emserstraße alarmiert, nachdem ein Unbekannter in einer Toilette Pfefferspray versprüht haben soll. Da gerade eine Pause begann, liefen zahlreiche Personen durch die Gaswolke. Drei Lehrerinnen sowie 16 Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden, Übelkeit und oder Augenreizungen. Eine Lehrerin, eine Schülerin und ein Schüler kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, alle anderen wurden auf den Hof evakuiert. Gegen 10.40 Uhr konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, City.